Träumt man von Urlaub am Meer? In den Bergen? In Metropolen? Oder im Landesinneren? Dann träumt man von Pierre Vacances. Wir sind europäischer Marktführer für Ferienunterkünfte. Pierre Vacances besitzt mehr als 360 Destinationen mit mehr als 26.000 Ferienhäusern und Apartments in Europa, zum Beispiel in Frankreich, Spanien und Italien, auf Mauritius, La Réunion und in der Karibik. Seit 1967 bieten wir stilvolle Unterkünfte und einzigartige Erlebnisse für unsere Gäste. Wie wäre es mit authentischen und ungewöhnlichen Erlebnissen? Zum Beispiel Iglus bauen oder Hundeschlittenfahrten? Oder lieber doch eine Katamaranfahrt mit der Familie oder ein Ausritt am Strand? Mit Pierre Vacances kann man überall Highlights entdecken. Pierre Vacances verbindet Feriengäste und Einheimische und bietet fast 1300 verschiedene authentische Erlebnisse. Durch unsere voll ausgestatteten Ferienhäuser und Apartments geben wir auch in der Ferne das Gefühl zu Hause zu sein. Restaurants sorgen für kulinarische Highlights. Unsere à la carte Services für individuelle Urlaubserlebnisse und Wellnessangebote für Entspannung. Pierre Vacances hat etwas für jeden Geschmack. Auch bei den Unterkunftsarten. In unseren Ressorts haben wir Wasserparks und eine große Auswahl an Aktivitäten für die ganze Familie. Unsere Residenzen bieten für alle den idealen Ausgangspunkt für Erkundungstouren durch die Region. Die Premium-Residenzen liefern Verwöhnurlaub durch explosive Wellnessangebote und gehobene Einrichtungen. Darüber hinaus führen wir auch moderne und komfortable Hotels. Mit der Lage unserer Unterkünfte bieten wir außerdem unvergleichliche Ausblicke. So erfüllt man Urlaubsträume. Mit Pierre Vacances.